Die Sendung wurde live untertitelt. Willst du ein Geisterhaus sehen? Nach dem Verschwinden mehrerer Kinder wurden alle Türen verriegelt. Okay, ich hab's gesehen. Gehen wir jetzt wieder? Du bist so ein Feigling. Was ist das? Ein Buch mit Kose-Geschichten. Erzähl mir eine Geschichte. Hey, was ist da los? Tommy ist verschwunden. Tommys Name stand in dem Buch. Das hängt nicht irgendwie zusammen, oder? Aber was, wenn alles, was in dem Buch steht, tatsächlich passiert? Oh nein. Augie? Stella! Du bist in der nächsten Geschichte. Bitte sei vorsichtig. Es geht um eine Leiche, die ihren verlorenen See sucht. Wer hat meinen Sees? Wir haben etwas Böses erweckt. Ihr hättet das Buch niemals nehmen dürfen. Wir müssen es aufhalten. Hilf mir! Sarah Bellows Buch. Die Geschichten schreiben sich selbst und alles wird wahr. Der Jankyman wird kommen. Der Jankyman wird kommen.